Kohaku Momotaro, 69 cm frischer Sansai, weiblich, auch den haben wir als Tossai gekauft, auch hier ist der in der Innenhalterung, ist lang und gestreckt, also da fehlt noch Body, aber knapp 70 cm mit frischer drei Jahre, das ist schon beachtlich, von der Körperstruktur ist sehr gut, sieht man hier ganz gut, also eigentlich optimal zum Großwachsen, auch hier gutes Benni, sehr schöner Koi.